Eine ziemlich turbulente Zeit liegt hinter Kathi und Mats Hummels. 2021 gibt es nicht nur wilde Spekulationen um den Zustand ihrer Ehe, auch verdächtige Bilder des Fußballstars sorgen für Schlagzeilen. Doch nun veröffentlicht Kathi an Silvester eine Aufnahme, mit der sie eine klare Botschaft sendet. Dazu gleich mehr. Bereits Weihnachten hat sie mit Mats und dem gemeinsamen Sohn Ludwig verbracht. Danach geht's ab in den Urlaub, um ein bisschen Sonne zu genießen. Und auch da zeigt die kleine Familie Einigkeit at its best. Und was besonders auffällt, Kathi strahlt auf den gemeinsamen Bildern über beide Ohren und zeigt sich ganz natürlich und ausgelassen. Zum Beispiel bei diesem fröhlichen Tänzchen direkt auf dem Hotelflur. Die Zeichen stehen deutlich auf Versöhnung und besonders das neueste Posting der 33-Jährigen hat es in sich. Denn zu ihren Neujahrswünschen schreibt sie das Zitat Egal wie hart die Vergangenheit war, du kannst immer neu anfangen. Für diese Worte hagelt es auch Herzchen von anderen Prominenten. Dem Lächeln von Mats und Kathi nachzuurteilen, genießen sie die gemeinsame Zeit. Und auch Ludwig macht zwischen Mama und Papa fröhlich faxen. So kann 2022 doch kommen.